Text Weihnachten Am 24. Dezember, dem Heiligenbund, wird der Weihnachtsbaum geschmückt. Alle ziehen sich festlich an und sind voller Erwartung. In manchen Familien bringt der Onkel, der sich als Weihnachtsmann verkleidet, einen Sack voller Geschenke. Dann kann die Bescherung beginnen. Die Kerzen am Weihnachtsbaum werden angezündet, einige Weihnachtslieder werden gesungen und die Geschenke werden ausgepackt. Das ist meist der Höhepunkt der Weihnachtsstimmung. Am Abend oder in der Nacht gehen viele Menschen zur Kirche, in der Weihnachtsgottesdienst abgehalten wird. Wenn man am Heiligenabend durch die Straßen geht, fühlt man sich wie in einer verlassenen Stadt. Besonders Ausländer wundern sich, dass man keinen Menschen trifft. Kinos, Theater und selbst Restaurants sind geschlossen. An den beiden folgenden Weihnachtsfeiertagen wird gefeiert. Es gibt etwas besonders Gutes zu essen. Einen Gänsebraten zum Beispiel oder einen Karpfen. Am Nachmittag besuchen sich die Verwandten. Da werden besonders die Kinder noch einmal beschenkt. Alle Jahre wieder kommt aber nicht nur die stille Weihnachtszeit und das Christuskind, wie es in einem Weihnachtslied heißt, sondern auch ein recht lauter und unchristlicher Weihnachtsrummel. Am meisten freuen sich darauf die Geschäftsleute. Schon im November werden Schaufenster und Straßen mit bunten Lichtern, Tannenbäumen und Weihnachten kuriert. Über Lautsprecher werden alte Weihnachtslieder, die stille Nacht, heilige Nacht, immer wieder abgespielt. Zeitungen und Zeitschriften bieten hunderte von originellen Geschenken an, die sich dann unter tausenden von Weihnachtsbäumen häufen. Und oft nehmen sich viele Leute vor, im nächsten Jahr nicht so viel Geld für Geschenke auszugeben. Doch sind die guten Vorsätze oft wieder vergessen. Kaufen und Schenken ist zu einem Zwang geworden, der sich von Jahr zu Jahr steigert und immer mehr Geld und immer weniger Fantasie verlangt. Da das Fest für viele Menschen auch seine religiöse Bedeutung verloren hat, fragen sich manche Leute, ob es noch Sinn hat, unter diesen Bedingungen Weihnachten zu feiern. Den meisten Deutschen sind solche Zweifel jedoch unbekannt. Für sie ist und bleibt Weihnachten der jährliche Höhepunkt im Familienleben. Dialog Einladung zur Silvesterfeier Frau Reidis wird einkaufen. Sie trifft Frau Müller. Guten Tag, Frau Müller. Gut, dass ich Sie treffe. Haben Sie unsere Einladung schon bekommen? Nein, noch nicht. Vielleicht bekomme ich sie heute. Dann kann ich Sie ja jetzt gleich persönlich einladen. Wir wollen in diesem Jahr bei uns Silvester feiern. Haben Sie Lust, mit uns zu feiern? Wir würden uns sehr freuen. Vielen Dank für die Einladung. Wir kommen sehr gern. Kommen Buschs und Krügers auch? Buschs haben wir auch eine Einladung geschickt. Und wir hoffen darauf, dass sie kommen. Krügers sind ins Gebirge gefahren. Schade, dass Krügers nicht dabei sind. Mit Ihnen gibt es immer viel Spaß. Wann sollen wir bei Ihnen sein? Am 31? Ich dachte, etwa so um sieben. Gut, mein Mann wird sich auch freuen. Auf Wiedersehen zur Silvesterfeier. Auf Wiedersehen. Lassen Sie bitte Ihrem Mann von mir. Sagen Sie Ihrem Mann bitte auch einen schönen Gruß. Lesetext Weihnachtslieder Stille Nacht Stille Nacht Heilige Nacht Alle Jahre wieder Alle Jahre wieder kommt das Christuskind Untertitelung des ZDF